Das SpaceX Starship hat eine offizielle Starterlaubnis und könnte diesen Montag, den 17. April, ab 14 Uhr unserer Zeit starten. ESA schickt Juice erfolgreich auf seinen Weg zum Jupiter. Mars Helikopter bricht alle Rekorde. Explosion der neuen Oberstufe von ULAs Vulkan-Rakete. Relativity Space verabschiedet sich von 3D-Druck. Arianes Bass sieht keine Wiederverwendung in Europa in den nächsten 10 Jahren. Das und noch viel mehr war diese Woche in der Raumfahrt wichtig. Alle Hintergründe in voller Länge klären wir heute nur auf YouTube in den Senkrechtstarter-Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Mit Sicherheit der Start der Woche Juice. Die ESA-Sonde zur Erforschung der Eismonde des Jupiters sollte ursprünglich bereits am Donnerstag starten. Ich war live und hatte sogar den Launcher-Experten aus der deutschen Raumfahrtagentur Philipp Kausche zu Gast. Aber es hat nicht sollen sein. Wegen Blitzschlag-Risikos wurde etwa 15 Minuten vor dem Start abgebrochen. Als kleine Entschädigung mit Philipp entwickelte sich ein super interessantes Gespräch. Dringend nachschauen. Kleine Entschädigung Nummer 2. Ebenfalls am Donnerstag hat Senkrechtstarter die 50.000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank an alle Senkrechtstarter da draußen. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonitär unterstützen. Meine Arbeit wäre nicht möglich ohne eure Spenden. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch du Senkrechtstarter unterstützen möchtest, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Patreon. Ich habe ja gesagt, Start der Woche, er muss dann also erfolgt sein. Ja, der Juice-Start mit der vorletzten Ariane 5 erfolgte dann am Freitag um 14.14 Uhr MES-Set von Kuru in Französisch-Guyana aus. Zurzeit ist die Sonde auf dem richtigen Weg und die Kontaktaufnahme mit der Sonde hat auch geklappt. Ebenso erfolgreich der emissionskritische Prozess, das Entfalten der 10 Solarpaneele. Die ja insgesamt 85 Quadratmeter umfassen. Das sind die größten Solarpaneele, die je in der Science-Mission verbaut wurden. Was Juice untersucht und was vielleicht gefunden wird, das hat mir der Planetengeologe Ulrich Köhler erklärt. Ein sehr inspirierendes Interview, verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Den Start von Juice konnte ich ja leider selbst nicht streamen, aber ihr könnt es hoffentlich entschuldigen, denn ich durfte zusammen mit Sirvan, Micha, Chris und Thorsten die Fertigung von Isar Aerospace ansehen. Das war ein grandioser Tag. Wir haben eine ganze Menge spannender Sachen gesehen und tolle Menschen kennengelernt. Freut euch auf ganz, ganz viele neue Infos und Bilder aus den heiligen Hallen in Ottobrunn. Am Samstagmorgen, den 15. April, ist um 8.47 Uhr die SpaceX-Rideshare-Missionen-Transporter 7 gestartet. Startplatz war Vandenberg Space Force Base, an Bord 48 einzelne Nutzlasten. Der Mars-Helikopter Ingenuity hat seinen 50. Flug absolviert, dass es zehnmal so viel wie ursprünglich für den kleinen Racker geplant war, der ja eigentlich nur als Technologiedemonstrator mit der NASA-Mission Mars 2020 mitgeflogen war. Vor ziemlich genau zwei Jahren, am 19. April, fand der erste Flug statt. Der erste kontrollierte, rotorbetriebene Flug auf einem anderen Planeten. Mittlerweile hat Ingenuity 89,2 Flugminuten und eine Strecke von 11,5 Kilometern auf dem Mars zurückgelegt. Und auch sehr beachtlich, trotz der dünnen Mars-Atmosphäre konnte er seine Aufstiegshöhe immer weiter steigern. Aktueller Rekord 18 Meter. Ingenuity war so erfolgreich, dass die Probenrückhol-Mission der NASA mit zwei Mars-Helikoptern mit Greifarmen ausgestattet sein wird. Glückwunsch an das JPL für diese Leistung und wir wünschen weiter guten Flug und immer schön senkrecht bleiben. Am Abend des 29. März kam es bei der United Launch Alliance im Marshall Space Flight Center zu einer Explosion. Und zwar bei der Druckbeaufschlagung der Oberstufe der neuen Vulkan-Rakete. Nachdem Eric Berger von Ars Technica ein Foto einer Überwachungskamera veröffentlicht hatte, das die Explosion zeigt, wurde von ULA-CEO Tory Bruno mittlerweile auch das Video von der Explosion veröffentlicht. Es muss laut Bruno ein noch nicht identifiziertes Wasserstoff-Lack gegeben haben. Der Wasserstoff konnte sich dann anreichern und dann vermutlich mit dem Umgebungs-Sauerstoff ein zündfähiges Gemisch bilden, was letztendlich zu der Explosion führte. Inwieweit dieser Zwischenfall den Erstflug der Vulkan-Rakete zurückwirft, ist noch nicht bekannt. Relativity Space stellt Terran-1 ein und wird größer. Relativity Space hat angekündigt, man werde die Terran-1 nach nur einem einzigen Startversuch nicht weiter verfolgen. Laut Relativity Space war die Terran-1 immer dazu gedacht, Technologien zu entwickeln, die die Grenzen dessen, was für die Terran-A benötigt wird, aufzubrechen. Auch soll die Terran-A nun mit bis zu 33,5 Tonnen in den Leo leistungsfähiger werden. Wobei man vorerst die Wiederverwendung der zweiten Stufe nicht weiter verfolgt. Und siehe da, man wendet sich auch vom 3D-Druck der Struktur ab. Statt die Struktur im 3D-Druck aufzubauen, wird man geradlinige Rohre aus Aluminiumlegierungen verwenden. Apropos Wiederverwendung. Wiederverwendung ist laut Ariane Spass-CEO Stefan Israel in den nächsten 10 Jahren kein Thema. Wie mein Kumpel Andrew Parsonson von European Spaceflight berichtet, hat Israel in einem Interview am 8. April gesagt, Europa werde bis in die 30er Jahre auf eine wiederverwendbare Trägerrakete warten müssen. Den jetzt folgenden Starship-Blog gab es gestern schon vorab als Special. Entweder noch einmal schauen oder zu den Starts der kommenden Woche springen. Aber damit sich die News-Veteranen nicht übergangen fühlen, hier kompakt alles, was du wissen musst für einen Starship-Start am Montag. Das Starship von SpaceX, die größte Rakete der Geschichte, hat eine Flugerlaubnis von der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde erhalten und könnte jetzt am Montag, den 17. April um 14 Uhr, das erste Mal in den Weltraum starten. Wie es ablaufen wird, was du beachten musst, wo du es am besten sehen kannst und welches Zeitfenster in den kommenden Tagen wichtig ist, das klären wir heute in diesem Senkrechtstarter-Start-Special. Wie von SpaceX antizipiert, kam erst kurz vorher die Starterlaubnis durch die FAA. Am späten Freitagabend unserer Zeit kam sie und eine Schockwelle ging durch die Space-Bubble. Jetzt kann es auch offiziell losgehen. Vielleicht hier erstmal vorab? Ein Senkrechtstarter-Starship-Livestream am Montag, den 17. April, ist spätestens um 13 Uhr MESZ live. Ich habe mir hier fest vorgenommen, dank der grandiosen Community, die am besten informierteste deutschsprachige Berichterstattung zu liefern. Zur genauen Zeitplanung am Montag und was uns erwartet, da kommen wir gleich. Aber lasst das nochmal auf euch wirken. SpaceX steht in den Startlöchern. SpaceX wird den ersten Flugtest eines vollständig integrierten Starship- und Superheavy-Raketensystems durchführen. Jetzt am Montag, den 17. April, von der Starbase in Texas. Mit 120 Metern, die mit Abstand größte und mit über 4.600 Tonnen Gewicht beim Start das schwerste von Menschen je zum Flug gebrachte Objekt. Das Starship-Programm, das hat ja zum Ziel die Beförderung von Besatzung und Fracht in den Erdorbit. Außerdem die Unterstützung der NASA bei der Rückkehr des Menschen zum Mond und, wenn es nach SpaceX geht, ja auch für Reisen zum Mars und darüber hinaus. Wir waren hier auf Senkrechtstarter live dabei, wie SpaceX mehrere suborbitalen Flugtests der Starship-Oberstufe durchgeführt hat. Und während uninformierte Menschen von Explosionen und Fehlschlägen berichtet haben, war allen, die das Programm verfolgt haben, bei jedem dieser Tests klar, Scheiße, das geht jetzt verdammt in die richtige Richtung. Aber deshalb schaut ihr ja schließlich Senkrechtstarter. Ich werde diesen Start auf jeden Fall livestreamen und werde euch live mit interessanten Hintergrundinfos versorgen. Und kann euch jetzt schon neugierig machen auf einen Special Guest im Livestream. Apropos versuchte und letztlich erfolgreiche Landung der Starship-Prototypen. Während bei den ersten Höhenflug-Tests auch eine Landung erprobt wurde, ist das jetzt beim ersten Orbitalflug kein Ziel von SpaceX. Dazu aber gleich mehr. Euch wird vermutlich brennend interessieren, wie der Zeitplan aussieht. Ja, wir sind in den USA und da hört man auf den Sheriff, genauer gesagt auf den von Cameron County. Das ist die Gemeinde von Boca Chica oder der Sheriff, der für diese Gemeinde zuständig ist. Den Link zu seiner Seite, wo immer die neuesten Termine sind, die verlinke ich euch unter dem Video. Aktuell heißt es, das Startfenster öffnet am Montag, den 17. April von 14 Uhr MESZ, also unserer mitteleuropäischer Zeit, und ist dann 150 Minuten offen. Also bis 16.30 Uhr. Innerhalb dieses Startfensters könnte der Start also potenziell jederzeit erfolgen. Der Flug wird maximal 90 Minuten dauern, also spätestens um 19 Uhr ist alles vorbei. Schöner Hinweis vom Sheriff, die Bewohner von Cameron County und der näheren Umgebung werden möglicherweise ein lautes Geräusch hören, das von den 33 Raptor-Triebwerken der Rakete bei der Zündung und beim Start in den Weltraum verursacht wird. Ja, was würde ich dafür geben, das zu hören und das zu spüren. Fun Fact, das deutschsprachige Hashtag Team Space ist mit mindestens drei Menschen vor Ort. Felix von Whataboutit ist mit der gesamten Y-Family unten. Adrian von NASA Spaceflight ist runtergefahren und Flo aus dem Team vom Everyday Astronaut ist auch vor Ort. Sollte das Ding starten, wird das so oder so eine Riesenshow. Oder wie Elon Musk sagt, Erfolg vielleicht, Aufregung garantiert. Okay, jetzt weißt du, wann du dir für einen Start und möglichen Flug zeitfrei halten solltest. Der Senkrechtstarter-Livestream wird, wie gesagt, spätestens eine Stunde vor einem möglichen Start online sein. Also ab 13 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Sommerzeit. Warum sage ich spätestens? Es müssen einige Dinge passieren, damit die Rakete starten kann. SpaceX gibt uns dafür einen ungefähren Countdown. Wie bei allem, das ist ein Prototypen-Test einer Rakete. Das ist so mit das Komplexeste, was es überhaupt gibt. Daher absolut normal kurzfristige Verschiebung oder Änderung. Etwa zwei Stunden vor einem möglichen Start, also bei uns um 12 Uhr mittags, frühestens wird der SpaceX-Flugdirektor die Freigabe für die Treibstoffbeladung geben. Etwa eine Stunde und 39 Minuten vor einem möglichen Start wird mit der Betankung der Erststufe oder dem Erststufenbooster begonnen. T-minus eine Stunde und 22 Minuten vor einem potenziellen Start wird mit der Betankung der Starship-Oberstufe mit flüssig Methan begonnen. Fünf Minuten später soll die Betankung mit flüssigem Sauerstoff gestartet werden für die Oberstufe. Es werden jetzt noch hunderte, wenn nicht gar tausende Prozessschritte automatisiert oder halbautomatisiert erfolgen. SpaceX gibt uns aber als nächstes nur den Punkt für die Kühlung der 33 Raptor-Triebwerke in der ersten Stufe bei T-minus 16 Minuten und 40 Sekunden vor dem Start. Der offizielle SpaceX-Livestream, der wird aber vermutlich deutlich früher starten. Etwa 45 Minuten vor einem möglichen Start wird SpaceX online sein. Sobald der Stream verfügbar ist, werde ich nur diesen zeigen. Ihr werdet also definitiv hier nichts verpassen. Und wenn die Raptoren gekühlt sind und alles weiter planmäßig verläuft, werden wir mit 40 Sekunden ganz kurz vor dem Start eine Menge Nebel um die Rakete und die Startinfrastruktur zischen sehen. Der Startturm mit seinen 146 Metern immerhin der größte der Welt. Ob das der Punkt ist, wo dann auch die Quick-Disconnect-Verbindungen zu Booster und Starship gelöst werden? Ja, das wird sich zeigen. Definitiv nicht, bevor die Leitungen entlüftet sind. T-minus 8 Sekunden vor einem potenziellen Start werden dann die Raptor-Triebwerke in einer durchchoreografierten Reihenfolge anfangen zu feuern und dann gemeinsam auf Nennleistung gehen. Sollte eines der Triebwerke nicht richtig funktionieren, kann man immer noch ohne Probleme abbrechen. Vielleicht sogar in dem Startfenster für einen neuen Versuch recyceln. Aber das ist Spekulation. Wenn die Flugsteuerung der Meinung ist, dass alles richtig funktioniert, werden bei T-minus 0 die Halteklammern gelöst und vermutlich nur Bruchteile einer Sekunde vorher die Quick-Disconnect-Verbindungen gelöst. Ab jetzt wird es also kein Halten mehr geben. Sollte das Starship aus Super-Heavy-Booster und Starship-Oberstufe heil das Pad verlassen und sich aufs Meer drehen, wäre das schon eine große Leistung, ein großer Erfolg für SpaceX und tatsächlich ein neuer Rekord für die stärkste je gestartete Rakete und gleichzeitig für das schwerste fliegende Objekt, das von Menschen je gebaut wurde. Sollte es dagegen in unmittelbarer Nähe der Startrampe zu einer Explosion kommen, würde es das Starship-Programm mit Sicherheit um Monate zurückwerfen. Ja, das wollen wir nicht hoffen und da schauen wir uns mal ganz vorsichtig an, was sonst so im besten Fall erreicht werden könnte. Alles wie gesagt mit Vorsicht zu genießen und jeder Punkt wäre ein großer Erfolg im Programm. Wenn die Startinfrastruktur nicht zerlegt wurde, kommt nach 55 Sekunden der sicherlich mit Abstand wichtigste Punkt, wenn nämlich durch die Geschwindigkeit und den abnehmenden Luftdruck die maximale aerodynamische Last auf die Rakete wirkt. Englisch Max-Q. Wenn dieser Punkt Max-Q durchschritten ist, eben weil die Atmosphäre immer dünner wird dort oben, wird das Strukturteam bei SpaceX sicher aufatmen und vielleicht auch die ersten Jubelstürme losbrechen. Wie ich bis dahin reagieren werde, kann ich absolut nicht vorhersagen. Ich werde versuchen, nicht wieder zu fluchen vor Entzücken. Soll auf Senkrechtstarter ja alles familientauglich zugehen. 2 Minuten 49 Sekunden nach dem Start werden die 33 Haupttriebwerke oder je nachdem wie viele dann noch an sind, abgeschaltet. 3 Sekunden später erfolgt dann die Stufentrennung. Ein sehr wichtiger Punkt bei jeder Orbitalrakete. Etwa 3 Minuten nach dem Start zünden die 6 Triebwerke des Starships. Ich bin mir relativ sicher, dass man auch die Meereshörntriebwerke zündet, weil bloß mit den drei Vakuumraptoren sonst die Gravitationsbeluste meiner Meinung nach unnötig hoch wären. Kurz darauf, ähnlich zur Falcon 9 bei PET-Landungen, wird der Booster einen Boost-Backburn starten, der die Flugrichtung des R-Stufenboosters umdreht. Zwar fliegt der Booster weiter auf einer ballistischen Bahn nach oben, aber eben nicht mehr in Originalflugrichtung, sondern entgegengesetzt. Ein Manöver, das man für die schnelle Wiederverwendung benötigt. Etwa nach einer Minute soll dieser Boost-Backburn beendet sein. Ziemlich langer Boost-Back. Und der Booster wird nun frei weiter aufsteigen und dann zur Erde fallen. Interessanterweise schreibt SpaceX nichts von einem Entry-Burn. Und in der aktualisierten Animation von SpaceX sind die Flammen um den Booster beim Wiedereintritt auch nicht mehr Pinkfarben, was ja auf Methan hindeuten könnte, sondern gelblich-rot, was darauf hindeutet meiner Meinung nach, dass die Flammen lediglich durch den Wiedereintritt in die Atmosphäre und die Hitzeentwicklung dabei entstehen. Sieben Minuten und 32 Sekunden lang wäre der Booster durch die bremsende Wirkung der Atmosphäre nur noch im Überschallbereich. Acht Sekunden später soll der Landing-Burn, das heißt die Triebwerkszündung, für eine Landung erfolgen. Dieser Landing-Burn soll letztendlich acht Minuten und drei Sekunden nach dem Start den Booster sanft im Meer absetzen. Unterdessen brennt die Starship-Oberstufe weiter munter Richtung finale Geschwindigkeit. Neun Minuten und 20 Sekunden nach dem Start würden die Triebwerke abgeschaltet werden und dann wird man vermutlich durchsagen, ob der geplante Orbit erreicht wurde. Der führt nicht um die Erde, sondern absichtlich zu einem kontrollierten Wiedereintritt auf der Höhe etwa von Hawaii. Die heiße Phase des Eintritts in die Atmosphäre, den erwartet man für eine Stunde und 17 Minuten und 21 Sekunden nach dem Start. Ich wäre wirklich sehr überrascht, wenn es bei diesem ersten Flug direkt so weit geht, aber ich fieber natürlich mit und die Daumen sind natürlich kräftig gedrückt. In den kommenden zehn Minuten würde die Atmosphäre die Starship-Oberstufe von beinahe Orbitalgeschwindigkeit auf nur noch Überschallgeschwindigkeit abbremsen. Ob das Starship dann noch in einem Stück fliegt, würde ich eher bezweifeln. In dem gerade erst veröffentlichten FAA-Gutachten wird auch davon gesprochen, dass SpaceX die nächsten Flüge nicht mit Starship-Oberstufen durchführt, die einen Wiedereintritt potenziell überleben könnten. Sollte das Starship-24 wiedererwartend sowohl Start- als auch Wiedereintritt überstehen, könnte es mit seinen Steuerflächen den Fall kontrollieren und sich dann auf einen Bauchplatscher vorbereiten. Ein Flip-Manöver und ein Landing-Burn wie bei den Höhenflugtests sind aktuell nicht vorgesehen. Dieser Splashdown wäre dann 90 Minuten nach einem Start, also frühestens 15.30 Uhr MESZ und spätestens 17.30 Uhr MESZ. Wie gesagt, Prototyp und alles sehr weit vorausgedacht und geplant. Ich würde mich schon freuen, wenn Sie einfach nur alle Triebwerke einmal kurz laufen lassen und danach sagen, ja, war alles wie erwartet, beim nächsten Mal fliegen wir los. Apropos nächstes Mal, sowohl für den 18. als auch für den 19. April sind Ersatztermine vermerkt, wobei es aktuell nur für den Dienstag, den 18. April auch Flugverbotszonen gäbe. Tatsächlich sieht es aktuell so aus, als wäre das Wetter aber am Montag am besten für einen Start. Ich poste im Community-Tab auf YouTube die Neuigkeiten zum Start, aber der Algorithmus ist nicht immer auf meiner Seite. Für die brandheißen News empfehle ich euch insbesondere für die kommenden Tage mir auf Twitter zu folgen. Link zu meinem Account ist in der Beschreibung. Es gibt ganz, ganz viele neue Details zum Flug im FAA-Gutachten. Das Senkrechtstarter-Recherche-Team versucht gerade diese Haupttakten für euch aus dem 120 Seiten starken Dokument zusammenzutragen. Sobald wir das haben, werde ich das in einem Livestream vortragen, vermutlich am Sonntagabend. Sollte das Starship irgendwie abheben, wird das so oder so der Start der kommenden Woche. Ja, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte die China Aerospace Science & Technology Corporation von Jingquan aus mit einer Langmarsch 4B einen FengYu 3G-Wetterbeobachtungsanlagen gestartet haben. Dann am Montag, den 17. April, voraussichtlich der Starship-Start ab 14 Uhr. Und als wären die mit dem Starship nicht schon genug eingespannt, planen SpaceX hier Mittwoch, den 19. April, einen Falcon 9-Start mit Starlink-Internets-Athleten von Cape Canaveral aus. Am Samstag, den 22. April, möchte die indische Ice Road das PSLV mit einem kommerziellen Radar-Erdbeobachtungs-Athleten für Singapur starten. Dir hat's hoffentlich wieder gefallen, dann Like nicht vergessen. Und wenn du neu hier bist und du keine weiteren Neuigkeiten aus der Raumfahrt verpassen möchtest, dann gern hier abonnieren. Denn neben den Senkrechtstarter-Raumfahrt-News am Sonntag gibt's immer mittwochs die Senkrechtstarter-Technik-Episoden. Dazu spannende Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren. Hier findest du zum Beispiel ein Video, das dich interessieren könnte. Ich kann's kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Und jetzt vor allem den ersten Flug des Starships. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer schön säkerig bleiben. Dein Mau.